Der Arme, der Arme! Und wir wollen uns noch ran gehen? Danke Leute! So, der hat den oberen Teil nur machen. Elk zumindest, der braucht eigentlich nichts mehr. Aber wir können noch was versuchen. Das ist eine, genau, Bulle-Teich! Vorsicht! Eine echte Frachtfrau! Jetzt anlaufen! Auf Deutsch! Weil da wären das in Manöver! Richtig, Deutsch-Maneuver! So wird das schon leicht geschlagene Bein noch gar verwirrt. Jetzt mit dem tödlichen Sieg! Der Arme kehrt! Was sagt ihr, wer das Publikum? Cool! Bravo! Ich meine, die müssen zwar noch üben, aber das schaut doch ganz gut schon aus, das erste Mal, oder? Sehr gut! Cool!